Die USA und Großbritannien waren eins ein Geschenk für die Welt. Aber der schändliche Rückzug der Amerikaner aus Afghanistan beweist, dass dies nicht mehr der Fall ist. Erfahren Sie über die geistliche Dimension, die hinter dem raschen Niedergang dieser beiden ehemaligen Supermächte steckt. Jetzt in der Schlüssel Davids mit Gerald Fluid. Ich begrüße Sie. Wir haben gerade die schlimmste außenpolitische Katastrophe in der Geschichte Amerikas erlebt. Und wenn wir uns die Tatsachen vor Ort in Afghanistan ansehen, müssen wir sagen, dass sich das amerikanische Militär den Taliban einfach nur unterworfen hat. Es war ein Schauspiel, das von der ganzen Welt gesehen wurde. Und Sie beobachten es die ganze Zeit mit viel Interesse. Das ist keine politische Voreingenommenheit. Die Botschaft, die ich Ihnen heute geben werde, ist politikübergreifend. Und das werde ich Ihnen im weiteren Verlauf dieses Programms zeigen. Aber dies war eine massive Niederlage. Und selbst die Medien geben das zu. So gut wie alle Medien. Und unsere Verbündeten verurteilen uns, wie sie es noch nie zuvor getan haben. Und selbst unser eigenes Volk traut unserem eigenen Militär nicht zu, uns zu beschützen. Hunderte von Amerikanern wurden in Afghanistan zurückgelassen. Und dieses Szenario wird noch lange, lange Zeit in Erinnerung bleiben. Da bin ich mir sicher. Und wir haben auch tausende von afghanischen Verbündeten zurückgelassen. Die seit vielen Jahren mit uns in diesem Krieg gekämpft haben. Und wir haben auch sie zurückgelassen. Obwohl wir ihnen sagten, wir würden sie mitnehmen. Jedenfalls deuteten wir das an. Aber es ist ein Ereignis, das unsere Geschichte für, nun ja vielleicht für den Rest der Zeit, prägen wird. Dieses Ereignis in Afghanistan wird ihnen einen bedeutsamen, verblüffenden Einblick in eine hoffnungsvolle Zukunft geben. Das wird es, wenn wir es verstehen. Amerika und Großbritannien haben von 1803 bis 1950 beispiellose Siegeerrungen. Und Großbritannien wurde zum größten Imperium der Welt. Und Amerika wurde die größte Nation der Welt. Und sie, Amerika und Großbritannien, haben gemeinsam zwei Weltkriege geführt, gewonnen und der Welt Frieden und Stabilität gegeben. Wie es keine andere Nation je getan hat. Das ist unsere Geschichte. Wir können also sehen, dass all dies in ihrer eigenen Bibel prophezeit wird. Ich möchte Ihnen einen verblüffenden Vers vorlesen, der über unsere Geschichte, die Geschichte Amerikas und Großbritanniens spricht. In Mischaf 5, Vers 6 bis 14 werde ich Ihnen ein paar Verse vorlesen. Es beginnt in Vers 6. Und ist ein Beweis für die Identität des modernen Israels. Und es ist wirklich eine detaillierte und sehr spezifische Prophezeiung für Amerika und Großbritannien. Hier steht, was über den Rest Israels oder Jakobs gesagt wird. Und es werden die übrigen gebliebenen aus Jakob, das ist Vers 6, und es werden die übrigen gebliebenen aus Jakob unter vielen Völkern oder Nationen sein wie Tau vom Herrn. Mit anderen Worten, Gott ist mit ihnen. Hier ist eine reiche, wohlhabende, landwirtschaftliche Produktivität beschrieben, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Und Gott sagt, dass dies von Amerika und Großbritannien genutzt wurde. Und dies ist alles in unserem Buch über die USA und Großbritannien der Prophezeiung bewiesen. All dies ist in diesem Buch bewiesen. Und auch hier haben wir Amerika und Großbritannien, die wie ein Tau des Herrn und wie ein Regen auf dem Gras war. Und all dieser wunderbare Reichtum wurde genutzt, um die Welt zu schützen. Und der Welt Frieden zu geben. Und sie teilten diesen Reichtum auf viele Arten, wie es kein anderes Reich getan hat. Ich denke, das kann man leicht aus der Geschichte beweisen. Aber beachten Sie Vers 7. Ja, die übrig gebliebenen aus Jakob werden unter den Heiden inmitten vielen Völkern sein wie ein Löwe. Wie ein Löwe unter den Tieren im Walde, wie ein junger Löwe unter einer Herde Schafe, dem niemand wehren kann, wenn er einbricht, zertritt und zerreißt. Nun, was sagt man dazu? Hier sehen wir Amerika und Großbritannien zu jener Zeit in ihrer Geschichte. Zu Beginn der wunderbaren Verheißungen des Erstgeburtsrechts, die Gott Amerika und Großbritannien gegeben hat. Und wir sehen, was sie getan haben und wie sie sich in der Welt verhalten haben. Wie ein Löwe und den Tieren des Dschungels. Wo ist dieser Löwe heute? Was ist mit Amerika und Großbritannien geschehen? Wenn man sich anschaut, was in Afghanistan passiert, sieht man sicherlich nicht den Löwen von Amerika und Großbritannien. Oder das prophetische Israel in dieser Endzeit. Man sieht ihn nicht. Was ist geschehen? Was ist schief gelaufen? Warum sind wir ins Stocken geraten? Nun, wenn man sich unsere Geschichte noch einmal ansieht, sind diese Verse wirklich augenöffnend. In Vers 8 heißt es, denn deine Hand wird siegen gegen alle deine Widersacher, dass alle deine Feinde ausgerottet werden. Das ist Reichtum, der mit der Welt geteilt wurde. Reichtum und Stärke, die mit der Welt geteilt wurden. Von sagen wir 1803 bis 1950 war das der Fall. Und es war einfach beispiellos. Und dann kam im Jahr 1950 der Koreakrieg. Und Herbert W. Armstrong sagte nach dem Koreakrieg, nachdem wir ihn nicht gewonnen hatten, Amerika hat seinen letzten Krieg gewonnen. Das sagte er vor mehr als 70 Jahren. Wie konnte er das nur wissen? Und seitdem haben wir keinen Krieg mehr gewonnen. Warum ist das so? Nun, es steht direkt in der biblischen Prophezeiung. Wenn Sie sich anschauen, was in Korea, Vietnam, im Irak und jetzt in Afghanistan passiert ist und auch in anderen kleineren Gefechten und Schwierigkeiten, dann sehen Sie, dass wir keinen Krieg gewonnen haben. Und all das wird in unserem Buch die USA und Großbritannien in der Prophezeiung erklärt. Aber lassen Sie mich hier ein Zitat von Herbert W. Armstrong vorlesen. Seitdem werden diese Segnungen offensichtlich wieder entzogen. Weder Amerika noch Großbritannien gingen nach dem Koreakrieg aus irgendeinem größeren bewaffneten Konflikt als Sieger hervor. Nun, in mancher Hinsicht waren die Völker des Erstgeburtsrechts auch ein Segen für andere Völker. Das ist es, was uns diese Bibelstellen sagen. Ein gewaltiger Segen für die anderen Völker der Erde. Gerade die Vereinigten Staaten von Amerika haben anderen Nationen immer wieder geholfen. Sei es durch den Marshallplan, das Vier-Punkte-Programm, die Interessengemeinschaft für Fortschritt und Entwicklung oder durch die vielen Millionen Tonnen Weizen für Indien und andere hummernden Länder. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg wurden durch das Hoover-Programm große Mengen von Nahrungsmitteln für andere Länder aufgebracht. Dieses Programm rettete Millionen vor dem Hungertod. Wo ist also der Löwe, der einen großen Teil der Welt mehrmals Frieden gebracht hat? Winston Churchill führte die Briten und eigentlich auch die Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg. Jedenfalls zu Beginn. Sie waren sehr nah daran, den Krieg gegen Adolf Hitler zu verlieren, bevor Amerika überhaupt in diesen Krieg eintrat. Und mehrere der britischen Führer, die obersten Führer, wollten mit Adolf Hitler verhandeln. Dem Nazi-Tyrannen. Einem der schlimmsten der Welt überhaupt. Und einige von ihnen sagten, warum verhandeln wir nicht mit ihm? Ist es hoffnungslos? Winston Churchill war damit ganz und gar nicht einverstanden und sagte, wenn wir das tun, begeben wir uns auf einen gefährlichen Weg. Was hatte damit gemeint? Nun er meinte, wir begeben uns auf einen gefährlichen Weg und werden vor Nazi-Deutschland kapitulieren. Und das können und werden wir nicht tun. Wenn man sich also anschaut, was heute in Afghanistan passiert, scheint es so, als ob wir bereits am letzten Ende dieses gefährlichen Wegs angelangt sind. Wir sind schon viel zu lange diesen gefährlichen Weg gegangen. Irgendetwas ist nicht in Ordnung. Was ist es? Woran mangelt es? Was fehlt in Amerika und Großbritannien? Beachten Sie mich auf 5, Vers 9 bis 10. Zur selben Zeit spricht der Herr will ich deine Rosse, Schlachtrosse, sagt die Hoffnung für alle Übersetzung, ausrotten. Es spricht hier über Panzer, Schiffe und Raketen, die ausgerottet werden. Das ist es, worum es hier geht. Nun, wir sind sicherlich von unseren Rossen einer Menge unserer Panzer, Raketen, Hubschrauber und so weiter abgeschnitten worden. Weiter heißt es, und deine Wagen zunichten machen. Oder deine militärische Macht, deine Panzer, Flugzeuge und dergleichen. Und will die Städte deines Landes vernichten und alle deine Festungen zerbrechen. Nochmal, Gott bestimmt den Ausgang von Kriegen. Das kann man in Psalm 33, Vers 10 bis 19 sehen. Aber hier haben die Taliban jetzt eine Liste von amerikanischen und afghanischen Bürgern, die uns unterstützt haben. Wir haben Aufzeichnungen hinterlassen und jetzt haben sie diese Aufzeichnungen und sind in der Lage, alle zu finden, die uns unterstützt haben. Und in der Vergangenheit haben sie solche Leute ermordet. Wie konnte das passieren? Nun, da gibt es noch viel mehr. Sie müssen unseren Artikel auf der Posaune lesen. Dort wird ihnen all das erklärt. Und sie werden erstaunt und verblüfft sein über das, was alles geschieht. Hier haben wir also all diese Waffen zurückgelassen. Und normalerweise haben wir sie immer in die Luft gesprengt oder explodieren lassen, damit die Feinde sie nicht bekommen konnten. Wenn wir sie nicht mitnehmen konnten. Aber jetzt haben wir genau das Gegenteil gemacht. Und warum? Was war geschehen? Lassen Sie mich ein weiteres Zitat vorlesen. Es stammt aus einem Artikel, den wir erst kürzlich auf der Trumpet veröffentlicht haben. Einschließlich dieses massiven Luftwaffenstützpunktes. Es gab diesen massiven Luftwaffenstützpunkt, der dort ist. Und 2000 gepanzerte Fahrzeuge, mehrere kleinere Luftwaffenstützpunkte, aber auch 2000 gepanzerte Fahrzeuge, 45 Black Hawk Hubschrauber, 208 Flugzeuge insgesamt, 10.000 Luftbodenraketen, über 2.500 Bomben und Millionen von US-Dollar in bar. Victor Davis Hanson merkte an, dass die Nachtsichtgeräte mehr als 20.000 Granaten, 1.400 Granatwerfer, mehr als 7.000 Maschinengewehre und 600.000 Handfeuerwaffen sowie Millionenschussmunition, die perfekte Ausrüstung für jihadistische Terroroperationen und asymmetrische Straßenkämpfe sind. Und über Nacht hat Amerika eine der bestfinanzierten und am stärksten bewaffneten Terror-Nationen der Welt geschaffen. Sie werden viel gefährlicher sein, als sie es in der Vergangenheit je waren. Schauen Sie sich an, was nach 20 Jahren passiert ist. Es gibt eine geistliche Dimension, die wir nicht verstehen. Aber wir müssen sie verstehen. In 3.Mos 26 und Vers 19 spricht es darüber, dass als Israel den Zenit seiner Macht erreicht hatte, Gott sagte, Ich werde in Stolz eurer Macht brechen. Ihr werdet alle Arten von Macht haben, aber ihr werdet nicht den Mut und das Selbstbewusstsein haben, sie zu benutzen. Und auch nicht die Ehre. Ihr werdet sie nicht haben. Sie haben die größte Macht, die es jemals gab. Aber sie haben Angst, diese Macht zu nutzen. Und das alles wird direkt zu der Rückkehr von Jesus Christus als König der Könige führen. Das ist es, was geschehen wird. Gott möchte, dass wir uns auf ein bedeutendes Ereignis konzentrieren. Und das ist viel bedeutsamer, als sie sich vorstellen können. Es wird uns, wie ich schon sagte, einen Einblick in die wunderbarste Nachricht geben, die sie sich in ihrem Leben jemals auch nur vorstellen können. Aber zwischen diesem Ereignis und dem Punkt, wo wir jetzt sind, wird es einige Leiden geben. Wir haben alle Macht, die man sich nur vorstellen kann. Aber das, was jetzt geschehen ist, wird den Lauf der Geschichte in dieser Welt verändern. Wir entfernen uns wirklich von der Zeit der Macht Israels und sind dabei, in die Zeit der Heiden einzutreten. Und die können sehr grausam sein, sowohl in ihren militärischen Erfolgen als auch in ihren Niederlagen. Aber im Laufe der Jahre wurde ein Großteil unseres Militärs entlassen und in vielerlei Hinsicht verweichlicht. Wie andere sagen würden, das hat den Soldaten nicht geholfen, die starken Soldaten zu werden, die sie sein sollten. Und das ist über einen Zeitraum von Jahren geschehen. Was bedeutet das alles? Und was wird das für den Verlauf ihrer Geschichte bedeuten? Aber ich sage Ihnen, wenn sie keine starke Führung haben, wenn sie keine starke Führung in ihrem Land haben, haben sie gar nichts. Sie können fast nichts erreichen. Beachten Sie, was in Jesaja 3 in Vers 1 steht. Siehe, der Herr, der Herr Zebot, wird von Jerusalem. Das ist Israel. Ein Typus von Israel. Und Jüder wegnehmen Stütze und Stab, allen Vorrat an Brot und allen Vorrat an Wasser, Helden und Kriegsleute, Richter und Propheten, Wahrsager und Älteste, Hauptleute und so weiter. Und ich will ihnen Knaben zu Fürsten geben und Mutwillige sollen über sie herrschen. Nun, wie sieht es damit aus? Gott sagt, dass er sein Getreide und all den landwirtschaftlichen Reichtum, den er uns gegeben hat, wegnehmen wird, wenn wir nicht aufwachen und seine Botschaft beherzingen. Er sagt, es gibt keine Wahrheit im Land und kein Wissen über Gott im Land. Nun, was ist damit? Haben wir Gott verlassen? Nun, das ist es. Was Hosea 4, Vers 1-3 sagt. Und es ist eine Prophezeiung für heute. Wir haben Gott verlassen. Und all diese Prophezeiungen, wie in 3. Mose 26, Vers 19. Wenn man sich Daniel 8, Vers 9-13 anzieht, dann sieht man, dass alle diese Prophezeiungen für diese Endzeit sind. Oder dass viele von ihnen für diese Endzeit gelten. Daniel ist ausschließlich ein Buch für die Endzeit. Und das steht genau dort, wo Daniel es sagt. Sie müssen die Prophezeiungen in 1. Mose und in den anderen Büchern des Pentateuches, also in den ersten 5 Büchern der Bibel, nachlesen. Aber es heißt, dass Gott Gericht an allem Fleisch vollziehen wird. Was in Afghanistan geschieht, ist nur der Anfang von schrecklichen Problemen in dieser Welt. Nicht nur in Amerika und Großbritannien. Wir werden in Kürze in den Tag des Herrn eintreten. Und zumindest das Ende ist eine sehr gute Nachricht. Afghanistan ist nur der Anfang des Leids. Aber beträchtliche Dinge werden auch auf uns zukommen. Beachten Sie, wie es 40 in Daniel 11. Aber hier geht es nur um die Endzeit. Und beachten Sie, was hier steht. Und zur Zeit des Endes wird sich der König des Südens mit ihm messen und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und überfluten. Deutschland hat ein kleines Militär in Kabul stationiert und sie gingen dort hinein und holten ihre Leute heraus und retteten sie. Im Gegensatz zu Amerika. Und andere Nationen taten das auch. Der König des Nordens ist Deutschland und das Heilige Römische Reich. Deutschland ist die große Macht. Offenbarung 17 erzählt uns alles darüber. Der König des Südens ist der Iran und seine Verbündeten. Einschließlich Afghanistan und all die Terroristen. Warum ist das so wichtig? Nun, weil Deutschland das Heilige Römische Reich, den König des Südens, seine Verbündeten und die Taliban in Afghanistan vernichten werden. Nun, das könnte in diesem oder im nächsten Jahr geschehen. Die Ereignisse entfalten sich sehr schnell und Deutschland wird zuschlagen, wenn es vom Iran und den Terroristen dazu gedrängt wird. Denn Deutschland hat ein großes Interesse am Nahen Osten. Aber dies ist der Auslöser für den Dritten Weltkrieg. In diesem Geschehen werden Sie den Beginn sehen, den wirklichen Beginn des Dritten Weltkriegs, der von Deutschland ausgelöst wurde. Wieder einmal, zum dritten Mal beginnen Sie einen Weltkrieg. Zum dritten Mal zetteln Sie einen Weltkrieg an. Und wo ist Amerika? Nun, Sie sind zu schwach, um überhaupt daran beteiligt zu sein. Ich sage Ihnen, was in Afghanistan passiert, ist ein bedeutungsvolles Ereignis, das wir verstehen müssen. Es ist direkt mit dem Dritten Weltkrieg verbunden. Und was ist die Folge des Dritten Weltkriegs? Die Rückkehr von Jesus Christus auf diese Erde. Und es gibt hunderte von Prophezeiungen, die Ihnen das sagen. Wenn Sie irgendetwas über Ihre Bibel wissen, müssen Sie das wissen. Matthäus 24 und Vers 21 besagt, dass wenn Christus nicht eingreifen und all das aufhalten würde, kein Mensch gerettet werden würde. Das alles führt zur Rückkehr von Jesus Christus. In Vers 42 heißt es, Und er wird seine Hand ausstrecken. Nach den Ländern und Ägypten wird ihm nicht entrinnen. Auch andere Länder wie Libyen und Äthiopien. Und dann Vers 44, Es werden ihn aber Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden. Und er wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben. Nachrichten aus dem Osten. Russland, China und ihre Verbündeten. Das Heilige Römische Reich, das zur Supermacht wird, wird beunruhigt und besorgt sein über das, was in Russland und China passiert. Und sie sind gerade dabei, ganz Europa zu vernichten. Aber seine Armee und ihre Anführer ziehen nach Jerusalem und in diese Region. Und beachten sie, was in Vers 45 steht. Und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen, zwischen dem Meer und dem herrlichen, heiligen Berg. Das ist in Jerusalem. Aber es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Das Ende des Heiligen Römischen Reiches. Wie geht es von dort aus weiter? Nun, natürlich werden sie genau dort einen großen Zusammenstoß mit den Kommunisten haben. Nun, eigentlich versammeln sie sich in Hamageddon. Aber sie werden sich in Jerusalem treffen. Und Gott sagt, dass dieser Zusammenstoß zwischen diesen Armeen und Jesus Christus, das Tal von Irschafat, bis zu den Zügeln der Pferde, 320 Kilometer lang voller Blut lassen wird. Aber beachten sie, dass es hier ein wunderbares Ende gibt. Ich habe das schon einmal gelesen, aber in Daniel 12 und Vers 1 heißt es, denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt. Und er sagt, dass er sein Volk erlösen wird, diejenigen, die diese Botschaft in der Welt verkünden. Gott sagt, ich werde euch von all dem beschützen, wenn ihr diese Botschaft weitergebt. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die da leeren werden leuchten wie des Himmelsglanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Nun, das ist die Zukunft von Gottes Volk, die Herrlichkeit des Firmaments. Und sie sollen leuchten, wie die Sterne für immer und ewig. Und in Vers 10 heißt es abschließend, viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Alle Gottlosen werden es nicht verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und dann sagt er am Ende, es werden 1290 Tage sein, wir kommen an einen Punkt, an dem wir die Tage zählen können. In Vers 12 steht, wohl dem, der der wartet und erreicht 1335 Tage. Sehen Sie, Afghanistan ist nur der Anfang der Sorgen. Das alles hängt direkt, ich meine direkt mit dem dritten Weltkrieg und der Rückkehr Jesu Christi zusammen. Und es kommt zu dem Punkt, an dem Gott sagt, dass wir anfangen werden, die Tage zu zählen. So nah ist es. Und das ist eine wunderbare, wunderbare Wahrheit. All dies ist direkt mit dem dritten Weltkrieg und dem Kommen von Jesus Christus auf diese Erde verbunden, um uns für uns selbst zu retten. Bis in zwei Wochen. Sie hörten Gerald Flury. Auf Wiedersehen, Freunde. Untertitelung des ZDF,